Okay, wollen wir anfangen? Ich lese euch einfach mal was vor und dann gucken wir. Okay. Achso, was ich noch sagen wollte. Wir haben das Buch damals geschrieben und den Blog gegründet, weil ich arbeite schon ganz ganz lange in der Pornoszene und habe da einfach gemerkt, dass es ganz extremen Aufklärungsbedarf gibt. Dass es also, dass viele Leute sich nicht darüber im Klaren sind, dass Pornofilme im Grunde Eckenfilme sind mit Stunts, mit Stuntleuten, mit Special Effects. Also ganz viele Leute ziehen sich das halt rein und denken, zu Hause mache ich das ganz genau so nach, wie ich das sehe. Und dass das halt exakt so nicht funktioniert und extrem viele Tricks und kleine Hilfsmittelchen einfach nötig sind. Darum kann Lolo ein Lied singen. Das war für uns so der Beweggrund, diesen Blog zu können, einfach mal ein bisschen zu erzählen, wie es funktioniert. Und ich habe lange Zeit für eine Pornodarstellerin als Ghostbloggerin gearbeitet und habe da viel Fanpost abgefangen müssen. Und was für mich immer ganz schlimm war, war, wenn ihre Fans über Analsex gesprochen haben mit ihren Frauen, weil diese Damen da auf ihre Analsex sehen und dann geschrieben haben, naja, ich habe halt meine auch so wie in einem Film halt dreimal in den Arsch gerotzt und habe es dann halt reingeschoben und dann hat die halt geschrien. Und sowas kam halt ständig. Also wie viele Leute verletzt werden, dadurch, dass Leute halt denken, naja, ich mache halt den Analsex einfach mal so nach wie ein Porno von Nulligan, die übrigens keine Anal-Szenen dreht. Ja, und genau, das war unser Beweggrund, das Ganze zu machen. Ich fange einfach mal an mit dem Vorwort. Hey Mimi, kann ich dich was fragen? Sven Pfeiffer sitzt neben mir im Gras und riecht nach Ruid und Weichspüler. Während er nach den passenden Worten sucht, beobachte ich ihn und denke, dass Sven Pfeiffer der wunderschönste Junge der Welt ist. Ich habe vor kurzem ein Porno gesehen und die Frauen in dem Porno haben alle geschrien wie Schweine und die haben so Sachen gemacht. Was für Sachen? Arschficken und Anrotzen und so. Ich räuspere mich, ziehe Verlinge an mein Ohr. Jetzt frag schon, sage ich. Ja, aber sei nicht sauer, okay. Sven Pfeiffer atme tief ein. Warum machst du sowas nicht, wenn wir Sex haben? Diese Szene ereignete sich zu einer Zeit, als sich allein das Aussprechen des Wortes Porno verboten anfühlte und nur die Kinder mit den unvorsichtigen Vätern an die heiße Bahn der Ware herankamen. Es muss gegen Mitte der 90er Jahre gewesen sein, als mein damaliger Freund Sven Pfeiffer und ich auf einer Waldlichtung saßen und er mir die Frage stellte, die zum Auslöser meiner Pornoangst werden sollte. Ich war ein Teenager mit einem zerbrechlichen Selbstbewusstsein. Sven Pfeiffer dagegen, ein kiffender Skaterjunge mit dem Taktgefühl eines Vertreters der Lokalpresse. Wir hatten wenige Wochen zuvor unser gemeinsames erstes Mal in einem Zelt auf dem Bullshit-Festival in der nordrhein-westfälischen Provinz absolviert und was soll ich sagen, der Name des Festivals hätte den Erlebnischarakter unserer Sexpremiere nicht besser beschreiben können. Es tat weh und ich blutete meinen Schlafsack und ein bisschen Sven Pfeifers Jeans voll. Wenigstens war das Gemetzel nach wenigen Minuten vorüber, ich verlockte. Dementsprechend schielt sich meine Begeisterung für diesen Sex, den angeblich alle so toll fanden, in Grenzen. Doch ich war willens, mich zur Ekstase vorzufögeln, die sich laut Bravo, die wir damals gelesen haben, spätestens dann einstellen sollte, wenn ich mich nur genügend locker machte. Als nun Sven Pfeifer mir durch die Blume mitteilte, dass ich noch lange nicht locker genug und wenigstens im Vergleich zur Pornokonkurrenz ein graues Mäuschen war, fiel mein »Sex ist vielleicht doch gar nicht so kacke« Kartenhaus laut krachend in sich zusammen. Ich räusperte mich, straffte meinen Rücken und sagte etwas wie »Ey Sven, du bist so ein perverses Ekelschwein, dann hol dir doch einen auf deine Pornos runter, ich mach Schluss.« Natürlich war Sven Pfeifer kein perverses Ekelschwein, sondern ein anständiger Kerl mit einem gesunden, pubertären Sex-Drive. Doch sorgte dieses Gespräch im Wald dafür, dass sich ein Minderwertigkeitskomplex entwickelte, weil die Pornodarstellerinnen all das taten, wozu ich zu dieser Zeit nicht in der Lage war.